Tanzen lernen in Lampertheim. Du möchtest im Umkreis Lampertheim tanzen lernen und suchst hierfür genau eine Lösung? Wunderbar, klasse, top, perfekt. Schön, dass du hier bei mir gelandet bist und dieses Video siehst, denn hier geht es genau darum, wie man am besten in Lampertheim verfährt, wenn man tanzen lernen möchte. Wunderschönen guten Tag dir, sei gegrüßt. Hier grüßt dich Sean, Sean Jerome McRae. Und wenn es um das Thema Lampertheim und Tanzen in Kombination geht, da habe ich eine große Empfehlung, und zwar Tanzen lernen über Tanzprivatstunden. Tanzprivatstunden am besten über mich, dem ADTV, IHK, World Dance Council, Güde Siegel, Privattanzlehrer. Wenn Tanzprivatstunden für dich eine Lösung darstellen können und es für dich Sinn ergibt, über Tanzprivatstunden tanzen zu lernen, dann lass uns in Kontakt kommen über die 017684044661. Und da können wir dann wunderbar bei dir das tänzerische Ziel erreichen. Das heißt, in dem Telefonat miteinander klären wir dann, wie wir dich tänzerisch glücklich machen und dein Tanzziel erreichen. Wenn das für dich genau der richtige Weg ist, dann der Kontakt. Deine Nummer zum Tanzglück ist die 017684044661. Lass uns starten, lass uns loslegen und ich freue mich drauf, dass wir zusammen deine tänzerischen Ziele erreichen. Los geht's!